Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Closing Store Simulator oder in Homas Mode Paralys. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ordentlich umgebaut. Wir haben Schaufensterpuppen, wir haben das schön eingerichtet. Vielen Dank für die ganzen Kommentare und auch für die ganzen Däumchen. Ich würde sagen, wir öffnen den Laden, denn wir brauchen wieder ein bisschen Tatas. Ich weiß nicht, habe ich die Rechnungen schon bezahlt? Jo, ist alles bezahlt. Miete ist abgegolten. Wir haben Stufe 5. Wir könnten rein theoretisch schon andere Ware und neue Ware mit reinnehmen. Aber ich will jetzt mal gucken, wie sich das Ganze verhält. Wir haben jetzt ein bisschen hier für Männer und dafür Frauen so ein bisschen unterteilt. Und hätten die Möglichkeit, hier auch noch neue Ware mit reinzunehmen. Kostet 500. Das würde ich, glaube ich, in dieser Folge machen, dass wir dann das Hemd für den Mann und auch das Ganze fertig machen. Wir haben auch noch eine Puppe hier und diverse Aufsteller. Aber guck mal, das sieht schon gleich ein bisschen besser aus hier. Die Leute laufen hier hin, laufen dahin. Hier haben wir noch neue Umkleiden. Und ich denke doch, dass das ganz gut passt. Wir müssen aber die Sachen wahrscheinlich dann häufiger umräumen. Oder wir machen hier noch ein bisschen mehr darüber. So, wir holen das mal kurz auf hier. Kommen wir sofort, Gleibo-Bett. Ich kassiere sie sofort ab. Wunderschönen guten Tag. Angenehm Tag noch. So, guck mal, der Laden, der brummt. Wir müssen Pullover nachfüllen. Sehe ich gerade. Sehr schön. Und da müssen wir halt ein bisschen häufiger dahin. Ein bisschen beobachten. Ein paar Kleider. Juge Dame, ich grüße Sie. Hallo. Macht 221 Euro. Dollar. Dankeschön. Guck mal, die gucken sich das auch an, die Outfits. Das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant. Guck mal. Die gucken sich das an und kaufen dann auch dementsprechend. Das finde ich auch gut. So, der Rubel rollt. Boah, wir ziehen echt mehr Leute an. Guck mal hier. Zack, schon wieder 1950 Euro. Wahnsinn. Oh, die Hemden brauchen wir. Oh, wir haben keine Hemden mehr. Ich müsste mal kurz hier die Sachen wieder auffüllen. Bin sofort bei Ihnen. Bitte warten Sie. Dankeschön. Ach, guck mal, hier liegen Sachen oben. Das ist aber nicht schön. So. Hemden, Blusen, Tops haben wir noch alles da. Ne, das passt. Das sieht gut aus. Aber wir brauchen Hemden. Haben wir noch Hemden irgendwo? Ne. So. Ah, doch. Guck mal, da haben wir noch ein Hemd. So. Wir gucken mal kurz hier in die Kabine immer rein. Da muss man nämlich ab und zu gucken, weil wir natürlich dann die Sachen dahin hingehen lassen. So. Jetzt ist mal schön Rock gekauft. Was haben wir hier noch? Die Kleider gegen Guetti, die Blusen, die Outfits. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, wie wir die ausstatten. Aber ich finde das schon recht cool. So. Hallo? Hallo? Ist ein bisschen creepy, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass mehr Leute in den Laden kommen, oder? Weil es ja cooler aussieht, der Laden. Und auch mit den Designs hier, glaube ich, ist das gar nicht so verkehrt. So. Blusen. Haben wir noch Blusen? Mal ein paar Blusen einräumen. Sehr schön. Bin sofort bei Ihnen. Bitte warten Sie. Sieht aus wie so ein Billoladen hier. Noch nicht mal ein Lager. So. 80. Danke. So. 53. Und, äh, sie haben auch voll zugeschlagen. 146. Dankeschön. So. Tops. Röcke. Wir brauchen, oh. Wir brauchen hier. Die Klamotten. Einmal auffüllen. Sehr schön. Ich hoffe, dass man später auch noch so Trennwände reinmachen kann, ne? Das fände ich zum Beispiel auch noch cool. So. Ach. Können Sie eigentlich mit rausnehmen? Ist schon ein bisschen frech, ne? Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Hemden. Oder vielleicht reicht es sogar noch bis zum Ende des Tages. Ich glaube, wir brauchen dann erst mal nichts bestellen. Schönen guten Tag. Dankeschön. Firma dankt. Und da kommen noch mal zwei Kunden rein, kurz vor Feierabend, ne? Guck mal, die überlegen sich das da hinten, ne? Kaufen Sie, kaufen Sie. Und dann füllen wir gleich erst mal alles auf. Machen dann unser Lager fertig. Und dann werden wir heute neue Ware mit reinbringen. Die wir dann natürlich auch ansprechend, wie sagt man, präsentieren werden, ne? Schönen guten Tag, junge Frau. Hallo, ich grüße Sie. Bitteschön. Guten Abend, hallo. Ich grüße Sie. Ich hoffe, Sie haben alles gefunden. Dankeschön. So, jetzt wird das letzte Hemd, glaube ich, noch geklaut. Ja, geklaut vor allem. Gekauft, natürlich. Hier wird nichts geklaut. So, junge Dame ist auch fertig. Und ich finde, wir haben mehr Kunden drin, ne? Da kommt man dann schon so vor. Dankeschön. So, wir sind fertig mit dem Tag. Ach, dann würde ich sagen, äh, sortieren wir mal wieder alles ein hier, was wir noch brauchen. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal zwei von denen. Da brauche ich nicht so häufig nachfüllen, ne? So, die Tops müssen wir auch wieder nachfüllen. Dann haben wir einmal die, äh, Blusen. Die können wir auch nachfüllen. Sehr schön. Aber ich finde, es wird jetzt mehr gekauft. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, ne? So, dann brauchen wir noch die Buchsen. Die müssen wir auch bestellen. Und die, äh, Röcke, ne? So. Die Röcke machen wir auch mal wieder voll. Sehr schön. Dann gucken wir doch mal. Haben wir noch irgendwas hier in den... Ne, in der Kabine haben wir nichts mehr. Da war alles aufgeräumt. Und, ähm, jetzt müssen wir mal gucken, was wir denn alles bestellen müssen. Wir brauchen Hosen. Wir brauchen auf jeden Fall auch, ähm, Hemden. So, das machen wir jetzt erstmal. Wir bestellen erstmal das, was wir brauchen. Hemden. Und Hosen. So, Pullover. Hatten wir noch Pullover auf Lager? Noch nicht, ne? Da würde ich auch gleichzeitig nochmal Pullover bestellen. Ansonsten, wir haben noch Kleider. Von Damenklamotten haben wir noch alles da. Gut. Dann gehen wir mal auf den nächsten Tag. Schließen den mal ab. 18 Kunden waren drin. So, dann müssen wir erstmal die Rechnung bezahlen. Ja, ja. Ist echt günstig hier, ne? Also, für 50 Dollar Ladenlokal pro Tag ist in Ordnung. So, dann nehmen wir einmal die neuen Marken mit rein. Die schalten wir jetzt frei. Zack. Und dann kommen auch schon direkt die neuen Produkte, ne? Lass uns nochmal kurz schauen. Wir haben Röcke. Blusen könnten wir noch. Und das können wir auch noch bestellen. Einmal. Und Blusen, ne? 900. Ach komm, dann machen wir auch. Na, Röcke haben wir eigentlich noch. So. Ach, guck mal. Frauenhosen. Männerhemden. Und hier. Oh, guck mal hier. So ein cooles Style. So. Da können wir gleich nochmal ein bisschen was fertig machen. Sehr schön. Wir nehmen erstmal die Hemden raus. Wo haben wir die Hemden hier? Da. Huch. Das kippt um. Dann sortieren wir erstmal die Hemden ein. Sehr schön. So. Dann brauchen wir, glaube ich, Pullover. Oder Blusen. Das waren die neuen Sachen, ne? Die brauchen wir erstmal noch nicht. Pullover. Für den Herrn von Welt. So. Zack. Dann haben wir Buchsen. Ach, sind wir die neuen Hosen schon, ne? Die sortieren wir mal hier hin. Waren die für den Mann oder für die Frau? Das ist für die Frau, ne? Okay. Legen wir erstmal hier hin. Der Mann hatte nur ein weißes Hemd, ne? Dann nehmen wir auch mal mit. Hier hat man schon alles voll, ne? Sehr gut. Dann können wir das hier mal beiseite legen. Dann haben wir hier die Kleider. Die haben wir jetzt auch wieder ausreichend auf Lager. Und jetzt haben wir, glaube ich, die drei neuen Sachen, ne? Die einen haben wir schon reingepackt. Das waren die Hosen. Genau, die wollte ich vorhin haben. Die können wir dann einmal hier sortieren. Sehr schön. Da bleiben noch ein paar Hosen übrig. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben auch noch eine Puppe für Männer, ne? Für Männer. So, da könnten wir direkt mal eine neue Kollektion zusammenstellen. Und zwar einmal mit dem Hemd hier. Zack. Und dann nehmen wir noch so eine Buchse mit. Zack. Passenden Style. Oder finde ich cool. So ein Urban Style, ne? Ja. Sieht auf jeden Fall recht cool aus. Dann brauchen wir hier so einen Ständer noch. Für die anderen Hemden. Den haben wir natürlich auch noch ausreichend. Ich mag diese Ständer hier irgendwie nicht. Ich finde die irgendwie so ekelhaft. Aber gut. Das muss halt jeder selbst für sich entscheiden. Ob die jetzt schön oder nicht schön sind. So, das ist für Männer. Da müssen wir auch gleich noch die Preise festlegen, ne? Das darf ich natürlich nicht vergessen, bevor wir den Laden eröffnen. Und dann haben wir noch die Frauenklamotten. Ja. Da können wir eigentlich, glaube ich, auch noch eine Puppe bestellen. Dann hätten wir noch einen weiteren Style hier, ne? Da können wir nämlich noch was kombinieren. Die Hosen mit den Teilen hier. Jo, da machen wir mal eben fix. Hm, 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 hm. Möbel. Wir könnten auch sowas machen. Aber das passt irgendwie noch nicht, habe ich das Gefühl. So, in den Warenkorb. Zack. Kostet natürlich Liefergebühr, aber... Die sind halt so marginal klein. Dann können wir jetzt hier noch eine weitere Frau quasi ankleiden. So einen schicken Style. Guck mal, da haben wir vier Stück, ne? Vier Kombis, die auch echt gut aussehen. So, Buchse. Und was hat man noch gehabt? Hier dieses, äh... Hier. Hier ist das Oberteil. Sieht auch schick aus. So einen richtig coolen, entspannten Hoodie, ne? Guck mal. Das sieht echt klasse aus. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Waren da irgendwo hinbekommen. Wir haben einmal Hosen und Tops. Und Röcke. Kann man die Röcke nicht da unten drunter packen? Ne, das geht nicht. Schade eigentlich. Dass man das nicht kombinieren kann, ne? Das sind Hosen. Für die Frau. Die packen wir mal hier hin. Sehr gut. Und, äh... Die Sachen könnten wir quasi auf so einen normalen, separaten Ständer packen. Das wäre, glaube ich, auch ganz nice. Dann haben wir das hier so ein bisschen. Wir können das ja später wieder so machen, dass wir dann hier mal so ein bisschen wechseln. Dann hier vielleicht noch so eine Bank wieder hinmachen. Ne, so verschiedenste Sachen. Da könnten wir hier auch noch eine Bank zwischenpacken. Ähm, dass wir das so ein bisschen kombinieren. Dann lasse ich schon mal ein bisschen Platz. Da könnten wir auch noch eine Bank machen. Wir haben noch 603 Dollar. Und ich würde sagen, wir öffnen mal den Laden, ne? Let's Fetz. Ach, wir müssen die Preise noch festlegen. Eieiei, wartet. Äh, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das Hemd kostet, sagen wir mal, 39,95. Äh, 95. Das kostet 64,95. Und das kostet, äh, 51,95. Das haben wir auch angepasst, ne? Genau. So. Da kommen die Kunden rein. Die werden natürlich die neue Ware gleich, äh, sich schnappen hier. Guck mal. Ach, guck mal, so süßen Bärchenpullover hier. Ist aber süß. Also langsam, ist aber, hat sie das jetzt hingeworfen? Schon frech, ne? Das ist schon frech. Ja, ich finde, der Laden, der macht sich, ne? Ja, auch die Styles, die wir hier haben, kurz vor Level 6, junge Frau, nächste Mal, ne? Nicht fallen lassen, ne? Dankeschön. So, danke. So, danke. Ja, da gucken wir mal wieder, dass wir jetzt, ähm, ausreichend Ware immer von den ganzen Sachen hier auf Lager haben. Müssen die natürlich wieder nachfüllen und so weiter. Ihr kennt das, ja? Ja, aber, äh, so langsam entwickelt sich der Laden. Guck mal, die gucken sich das auch an. Das finde ich cool mit den Outfits. Das finde ich echt nice. Die stehen da davor und gucken sich das an und denken sich, oh, cool. Das müssen wir vielleicht auf der anderen Seite auch nochmal machen. Also da vorne könnten wir auf jeden Fall noch so eine Sitzbank hinpacken. Sowas hier. So als kleine Insel hier. Und, äh, da können wir das dann auch machen, ne? So, 262 Dollar. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Beenden Sie uns bald wieder. Sollen wir mal kurz gucken? Oh, die Dinger sind fast alle. Mal kurz die Kleider wieder reinhängen. Dankeschön. So, müssen wir nochmal eins zusätzlich. Ich bin gleich bei Ihnen, ne? Warten Sie. Mal kurz hier die Sachen einräumen. Wunderschönen guten Tag. Sie haben auch richtig zugeschlagen, ne? Macht 315 Dollar. Dankeschön. So, weiße Hemden gehen auch langsam aus. Die Blusen könnten wir nochmal eben kurz einmal einräumen. Da haben wir noch ein paar da. Oh, war doch noch eine. Na ja, dann ist das so. Ähm, hier. So. Einen wunderschönen guten Tag. 185. Dankeschön. Die Firma dankt. Die Frage ist, haben die einen Effekt, wenn die, äh, da stehen, oder müssen wir die wirklich auf diesem Podest packen? 352, guck mal, wir haben schon 2334 Dollar und haben noch drei Stunden geöffnet, ne? Das ist, äh, recht ordentlich. So, haben wir noch Buchsen. Ich glaube, ja. Die können wir hier noch hinpacken. Wieso packt der das da hin? So, haben wir hier noch irgendwas drin? Ne, haben wir nicht. Hm. Fehlt hier denn noch irgendwas? Da hängt nichts drin. Da haben wir noch alles ausreichend da. Das sieht gut aus. Aber die blauen Dinger gehen gut weg. Ich glaube, ich, da soll die gar nicht ins Schaufenster packen, sondern muss die in dem Raum platzieren. Zumindest sieht das so aus, weil die bleiben ja manchmal stehen mit den Styles, ne? 145, Dankeschön. Und 53 Dollar. Vielen Dank. So, 1, 2. Ähm. So, Blusen haben wir noch genug. Ein paar Röcke. Die anderen Sachen brauchen wir auch. Das passt noch. 2.500 Dollar haben wir. Und je mehr, äh, Waren wir anbieten, desto mehr verkaufen wir auch, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal zu merken. Und ich glaube, ich muss mehr diese Präsentation, diese Präsenter nutzen. Und wir sind Stufe 6, Leute. Das heißt, wir können bald unser eigenes Design machen, ne? Das heißt, das Roma-Mode-Label, äh, wird sich, äh, quasi dann eröffnen. Und dann können wir eigene Styles verkaufen, was wir wahrscheinlich dann günstig irgendwo im Ausland, äh, herstellen und dann wieder Gewinn bringen, verkaufen, ne? Das könnte natürlich passieren. So. Guck mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus am Ende des Tages. So, die Dame wird auch noch mal gucken. Ich kontrolliere schon mal hier die, die ganzen Sachen. Hier liegen es rum. Das passt. Die Dame probiert noch mal alles an, ob das auch richtig schick aussieht. Und guck mal, die blauen Teile sind alle weg, ne? Und wir gucken gleich mal, ob wir mehr Kunden hatten. So, 197 Dollar. So, Tag ist abgeschlossen. Wir haben 3.319 Euro. Also das ist auf jeden Fall sehr nice. Ähm, wir müssen jetzt erstmal wieder hier so ein paar Sachen auffüllen. Zack. So, dann haben wir mal die Röcke mit. Machen erstmal wieder alles voll hier. Na, da haben wir sogar noch ein bisschen Reserve. Müssten wir nicht unbedingt noch mal was bestellen. Äh, die Blusen waren, glaube ich, auch, äh, alle, ne? Drei Stück haben wir hier. Da. Ach, guck mal, haben wir sogar noch. Das ist ja ein Träumchen. Hm, 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 hm. So, dann machen wir die mal wieder hier. Dann sortieren wir das mal ein bisschen besser. Die Tops können wir, glaube ich, auch nochmal nachfüllen. Die waren alle. Die müssen wir, glaube ich, wieder bestellen. Ähm, dann haben wir noch die Pullover. Und Hosen, ne? Also für Männer müssen wir ordentlich nachbestellen. Bedeutet, wir machen jetzt erstmal hier alles in der Hand. Dann machen wir erstmal das und das. Röcke und so haben wir noch. Blusen haben wir. Ansonsten brauchen wir einmal, äh, büpp, 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 gucken wir mal. Wir bestellen erstmal. Produkte. Wir brauchen Kleider. Die sind nämlich nicht mehr da. Einmal. Blusen haben wir noch gehabt, glaube ich, ne? Ja, haben wir noch genug. Röcke. Ja, komm, Röcke machen wir auch nochmal. Dann brauchen wir die Hosen, Pullover, Hemden, Tops, die Hemden, die hier und das. So, dann haben wir das schon mal bestellt. Dann räumen wir das eben nochmal fix ein hier. So, ist da noch Platz? Ne. Gut. Dann haben wir hier die... Ach, Mist. Ach, jetzt habe ich einfach wieder nicht aufgepasst, ne? Jetzt haben wir zu viel davon. Ach, Mensch. So, das sind diese Buchsen für die Damen. Die haben wir dann auch ausreichend da. Und dann brauchen wir noch hier... Oh, das waren die Röcke, ne? Die weißen Hemden wollte ich... Ach, toll. Jetzt kann ich das wieder hier nicht. So, die Röcke. Die weißen Hemden. Tiptop. Sehr schön. Dann haben wir hier noch die weiteren Röcke. Die waren ja schon voll, ne? Die haben wir schon voll gemacht. Das können wir dann hier mal ganz entspannt stapeln. So, Pullover haben wir auch noch. Die waren aber, glaube ich, schon voll, ne? Ah, mehr geht nicht. Schade. So. Dann noch die anderen Hosen hier. Bei den Männern hätten wir noch Platz für zusätzliche Sachen, ne? Zack. Und dann haben wir noch einmal hier die Tops. Die waren, glaube ich, auch schon voll. Oder haben wir die noch nicht komplett gefüllt? Ne, die waren noch nicht komplett gefüllt. Die können wir dann mal hier hinpacken. Ah, die sind auf jeden Fall auch sehr beliebt hier. Zack. Alle hin da. Da haben wir auch nichts mehr auf Lager. Sollten wir vielleicht irgendwann bei Bedarf auch nochmal welche bestellen. Und die Hemden für die Herren. Und dann würde ich sagen, Leute, soll es das erstmal wieder gewesen sein mit einer weiteren Folge hier zum Closing Store Simulator. Oder zum Homas-Modeparadies. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wir haben noch 1.551 Euro bezahlt noch fix unsere Rechnungen, die wir noch nicht haben. Wir schließen den Tag mal ab. Und, ja, Däumchen nicht vergessen, Leute. Schreibt mir fleißig eure Kommentare. Am 17.06. kommt das ganze Game für euch raus. Teste gerne den Prolog. Da könnt ihr es anspielen. Und ich sage dann einfach mal, bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homa.